Segne her nun dieses Haus und alle, die da gehen ein und aus. Wir wünschen euch ein frohes Jahr. Kaspar, Melchior und Balthasar. Ich bin der Pascal Singh, bin 15 Jahre alt und lebe hier in Freising. Ich bin Sternsinger, weil es macht sehr Spaß und man kann auch anderen Menschen in anderen Kulturen und in anderen Ländern helfen. Es gibt halt einen Tag, da zieht man sein Gewand an. Wir gehen halt von Tür zu Tür und da muss halt jeder was aufsagen. Das Schöne ist eigentlich immer die Reaktion von den Leuten, wenn die die Tür aufmachen. So, ah, die Sternsinger, die freuen sich immer total. Und dann spenden manchmal Erwachsene oder auch Kinder in Ministrantenbüchse oder eben für arme Kinder. Und wenn man vielleicht auch Geld kriegt oder auch was anderes. Und dann tun wir halt die noch räuchern, indem wir die Zahl zu 17 hinschreiben. Dass das Haus dann auch gesegnet wird und dass man auch an Gott glaubt und nicht vergisst. Irgendwie fühlt man sich auch ein bisschen heilig als Sternsinger. Und ich finde es einfach auch schön, wenn man den armen Kindern das Geld spenden. Und das ist, finde ich, eigentlich ein schöner Zweck. Ich finde es auch so schön, dass man anderen helfen kann, die nicht so viel Geld haben. Dieses Jahr vor allem für Kenia, wegen dem Klimawandel und weil die Menschen dort Hilfe brauchen. Schön, weil dann haben die auch Freiheit und dann können sie genauso leben wie mir. Ich bin selber Sternsinger gewesen und weiß, dass es eine schöne Erfahrung ist, von Haus zu Haus zu gehen. Und es ist eine großartige Aktion von Kindern für Kinder. Die größte, die wir weltweit kennen. Und das finde ich einfach großartig. Und den Kindern dann auch noch etwas von der Weihnachtsbotschaft mitgeben zu können. Mit denen gemeinsam auch einen Gang durch die Stadt und durch den Ort zu machen. Das ist für mich immer wunderbar. Es motiviert sehr, mit anderen Sternsingern zusammen zu sein. Und auch zu sehen, dass sich so viele Jugendliche engagieren. Die Heiligen, ein Dreikönig mit dem Ring im Stern. Sie kommen gegangen, ihr Frauen und Herrn. Der Stern gab ihnen den Schein. Ein neues Reich geht uns herein. Ich bin Secretary. Ich bin ein neues Reich. Ein neues Reich.